Moin, momentan sieht es tatsächlich so aus, als würden wir eventuell den Skelettfluch bekommen und darüber hinaus gibt es noch eine ganz kurze Traileranalyse, denn wir haben heute wenig Zeit. Als erstes kommen wir zu einem kurzen Video, welches die Entwickler auf Twitter geteilt haben. In diesem können wir folgendes sehen. Eine Kamerafahrt, drei Skelette, ein Schiff und den Außenpost Galleons Grave. Soweit erstmal nichts Besonderes. Es sind ja einfach nur Skelette. Nein, falsch. Es sind nicht einfach nur Skelette und es hat auch den Anschein, als wären diese Skelette nicht einfach nur Kostüme. Warum, kommen wir gleich zu. Darüber hinaus kommen wir aber erstmal zu einem anderen Punkt. Einmal zu einem neuen Schiffsset, welches wir im Hintergrund sehen. Das sieht ziemlich cool aus und wird wahrscheinlich Bezug nehmen auf das kommende Abenteuer, welches ja am 3. November starten wird. Also dementsprechend können wir uns schon mal darauf freuen, dass wir dieses Schiffsset uns bald erholen werden können. Vom Schiffsset aus gehen wir dann auch rüber zum nächsten, was wahrscheinlich auch der nächste Hinweis bezüglich eines Abenteuers sein wird. Und zwar geht es dabei um den Tisch der Reaper, da wo wir abstimmen können. Denn dieser sieht nicht mehr so aus wie früher. Dieser hat sich ein klein wenig verändert. So hat es den Anschein, als wäre da jetzt irgendeine Form von einer Sanduhr drauf, beziehungsweise von einer Laterne. Und das Symbol Flame Hearts ist ebenfalls auf dem Tisch nun platziert. Könnte eine Anspielung sein, dass sich die Fraktion der Reaper ein klein wenig wandeln wird und vielleicht auch einen neuen Namen bekommen könnten. Denn die Schnitterknochen sind dann vielleicht in dieser Form gar nicht mehr in den Sea of Thieves vorhanden, sondern werden durch eine neue Fraktion ersetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich glaube, dass die Kostüme, beziehungsweise die Skelette vorne, keine Kostüme sind, sondern ein tatsächlicher Skelettfluch. Denn schaut man sich mal die ganzen Skelette an, so sehen diese allesamt anders aus. Und es könnte darauf schließen, dass die Skelette so aussehen, wie quasi der Charakter eigentlich ohne Skelett aussieht. Also wie er normalerweise aussieht. Und wenn man dann etwas anwendet, dass man dann quasi in diese Skelette verwandelt wird und von fortan dann quasi als Skelett rumläuft. Würde bedeuten, habt ihr zum Beispiel irgendeine Tätowierung, ihr werdet dann zu einem Skelett, so werden auch diese Tätowierungen in Anführungszeichen bei euch dann sichtbar werden. Ob das definitiv so sein wird, wissen wir nicht. Was aber dafür natürlich spricht ist, dass in der Vergangenheit erst der Kelch gefunden wurde, welcher den Skelettfluch weitergeben kann. Und warum sollte mit einer neuen Fraktion es nicht durchaus möglich sein, diesen Skelettfluch sich dann selber anzueignen, sobald man dieser Fraktion beitritt. Und dann wird man halt automatisch vor einem Skelett, um unter der Flagge dieser Fraktion dann verschiedene Missionen zu erledigen. Fände ich persönlich ziemlich cool, ist natürlich dann schwierig mit der Zurückverwandlung, aber vielleicht haben sich da die Entwickler ja auch irgendetwas überlegt. Natürlich gibt es noch die Möglichkeit, dass es sich hier rein um Kostüme handelt, um nicht mehr, damit man dann so spielen kann, quasi, dass man sich vielleicht mal angeschlossen hat. Meine Methode, meine Idee fände ich natürlich viel, viel schöner, als dass es einfach nur Kostüme sind. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es dann so sein wird mit dem neuen Schiff, mit der neuen Fraktion und mit dem neuen Skelettfluch. Aber warten wir mal ab, so lange müssen wir ja jetzt auf das Adventure nicht mehr warten. Und dann gibt es noch eine ganz kurze Mini-Analyse zum Trailer des neuen Adventures, Return of the Damned. Ja, und ehrlich gesagt gibt es da so extrem viel nicht zu analysieren. Nur eine große interessante Sache oder zwei große interessanten Sachen. Erstens, Pendragon ist sich sehr wohl bewusst, dass er an den ganzen Schleimmasse schuld ist. Immerhin, Einsicht ist ein Weg zur Besserung. Somit können wir da nur hoffen, dass er sich da auch dann daran hält. Er wird sich wahrscheinlich selber opfern. Und wenn ich die Community jetzt vernünftig einschätze, so werden wir wissen. Pendragon, wir werden dich nie wiedersehen. War schön mit dir, aber brauchst nicht wiederkommen. Ansonsten, das eigentlich Wichtige ist tatsächlich, was man aus dem letzten Adventure ja mitgenommen hat, ist, dass der Kopf von Flameheart zerstört wurde durch Pendragon und sein magisches Schwert. Aber im Trailer sehen wir ja so gesehen Flameheart. Und, naja, nicht ganz, wir sehen nicht ausschließlich Flameheart. Wir sehen eine Mischung, wir sehen einen Hybriden. Wir sehen eine Mischung aus Stitcher Jim und Flameheart. Der Kopf ist von Stitcher Jim und der Rest des Körpers und auch der Hut ist halt einfach Flameheart. Ist eine sehr interessante Mischung, ist eine sehr interessante Storyentscheidung. Und ich bin mal gespannt, wie dann Flameheart stattfinden soll. Und ob die Gedanken von Stitcher Jim dann quasi noch vorhanden sein werden, wenn Flameheart wiederkommt. Oder ob es dann rein Flameheart ist, der dann erscheint. Müssen wir mal ein klein wenig abwarten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Und ich sage auch, das einzig Interessante momentan an dem Trailer. Viel mehr, finde ich, kann man aus dem Trailer momentan nicht entnehmen. Der Trailer sagt noch nicht wirklich, wie das Adventure aussehen wird, was wir genau machen müssen, um uns für die verschiedenen Seiten zu entscheiden. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass wir uns alle für Flameheart entscheiden werden. Die Vorzeichen stehen ja schon mal ganz gut. So 70-30 sind so die Umfragenwerte momentan. Und das bei allen Sachen tatsächlich, also bei allen verschiedenen Content-Creatern, wo ich jetzt mal reingeschaut habe, war das immer ungefähr 70-30. Aber schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr euch entscheiden werdet. Sagt ihr, yo, Flameheart auf jeden Fall oder Pendragon? Denn meiner Meinung nach ist Flameheart der deutlich interessante Charakter. Vor allem jetzt mit dieser komischen Abwandlung, dass hier Stitcher Jims Cops da drauf sitzt. Ansonsten war das heute wirklich nur ein sehr, sehr kurzes Video. Denn ich muss jetzt weiter Kuchen essen gehen, denn heute ist mein Geburtstag. Und ansonsten nur noch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef. Euer Chef. Euer Chef. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020